Heute geht es um Bodenverbesserung. Wir haben eine neue Errungenschaft, und zwar eine Druckluftlanze. Mit der können wir tiefgründige Bodenverdichtung aufbrechen. Ganz viele Bäume und Gärten haben Probleme mit Bodenverdichtung. Durch parkende Autos oder Baumaßnahmen. Dadurch entsteht Staunässe und Mikroorganismen sterben ab. Pflanzen buchen Sauerstoff im Boden für das Wurzelwachstum und die Nährstoffaufnahme. Mit der Druckluftlanze haben wir die Möglichkeit, direkt an die Wurzeln Sauerstoff und Nährstoffe einzublasen. Dadurch können wir im Baum etwas Gutes tun, an der Stelle, wo man sonst gar nicht rankommt. Das ist wie ein Booster für deinen Baum, dass es ihm auch bei schwierigen Bedingungen geht. Willst du deinen Bäumen und deinem Garten etwas tun? Melde dich bei uns.